Ich liebe dieses Land. Was davon übrig ist. Die Landschaft. Ihr Bauern seid alle gleich. Niemand scheint die Schönheit wertzuschätzen. Die Schönheit wäre sehr viel höher angesehen, Sir, wenn sie gegessen werden könnte. Dies ist die finale Aufforderung, das Haus zu verlassen. Wir reißen jetzt das Dach auf. Nein! Hau ab, Engländer. Du hast hier nichts mehr verloren. Wir haben Bericht von einem tödlichen Angriff auf einen Constable in Connemara erhalten. Was wollen Sie? Einer unserer Ranger aus Connacht. Und dass er ein sehr erfolgreicher Soldat sei. Das ist er. Der Gefahnden hat sich... Finden Sie den Mann. Er war der beste Soldat, den ich je getroffen habe. Sir, Sie sind in großer Gefahr. Denken Sie, unsere Leben sind zum ersten Mal gefährdet? Das ist etwas anderes. Wenn ich einen Mann töte, nennen Sie es Mord. Wenn Sie es tun, nennen Sie es Krieg. Wann wird meine Familie Ihre Gerechtigkeit erlangen, wenn nicht durch mich? Jeder stirbt an Hunger. Und Sie wollen ihr Korn verkaufen? Er war eine Gefahr für uns alle. Ich gehe nicht ohne dich hier weg. In Deckung, Männer! Eröffnet das Feuer! Dann wirst du nie gehen.